Ein ästhetischer Genuss war natürlich auch das Latein-Turnier der Profis. 50 Paare waren es noch in der Vorrunde, die im Finale auf die übliche Teilnehmerzahl von 6 zusammengeschmolzen waren. Cha-Cha-Cha, der erste Finaltanz. Mit ihrer Tanzstunden-Erfahrung, liebe Zuschauer, hat diese Art, Cha-Cha-Cha zu tanzen, nichts mehr zu tun. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bianca Schreiber und Hansi Gahlke aus Freiburg. Bei den Amateuren waren sie schon mehrfach Weltmeister. Und natürlich wollen sie das demnächst bei den Profis schaffen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ellen Chansberg und Wiebrügel Toft aus Dänemark waren 92, übrigens auch Amateur Weltmeister. Wie erwartet, gewannen Gahlke Schreiber den Cha-Cha-Cha. Gahlke Schreiber genießen übrigens in Freiburg bei Eugen Fritz und Ute Streicher eine sehr gute sportspezifische Betreuung, einschließlich Kraft- und Konditionstraining. Aber nun, Samba. Ein eleganter Tanz, der geschmeidig wirken soll, mit einem Schuss Erotik. Man tanzt Samba bei weitem nicht mehr so schnell wie in den vergangenen Jahren. Dafür sollen die unterschiedlichen Rhythmen stärker herausgearbeitet werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ZDF für funk, 2017 Jason Gilkinson, Peter Robbie aus Australien. Sie hat übrigens eine Ballettausbildung bei ihrer Mutter genossen. Der Trend im Latein-Tanzen geht zurück zum Ursprünglichen. So nutzen viele Spitzenpaare ihre knapp bemessene Freizeit, sich in Flamenco-Akademien oder Latin-Clubs in Südamerika weiterzubilden. Das gilt natürlich auch für Pianka Schreiber und Hansi Gahlke. Erfreulich, dass sie als Top-Paar auch rein äußerlich den Trend Sparsamkeit der Mittel präsentieren. Die Wertung für Gilkinson, Peter Robbie, wie gesagt, Majorität der Plätze entscheidet und damit war das der zweite Rang im Samba für Gilkinson, Roby. Die gleiche Prozedur für Hal Pettersson. Die beiden sind übrigens Europameister über zehn Tänze bei den Profis. Vierter Rang für die beiden aus Osnabrück. Stefan Champagne und Manuela Faller aus Freiburg. Er ist Franco-Canadier, hat sich aber mit ihr zusammengefunden. Der sechste Rang in der Samba für die beiden. Martin Dielmann, Lydia Weißer. Der fünfte Rang, Lydia Weißer, war übrigens mit Reiflitz-Pene, ihrem ehemaligen Partner, schon achtmal deutsche Profi-Latein-Meisterin. Und vor knapp einem Jahr haben sie sich getrennt, aber hier ganz klar souverän auf diesen Tanz gewonnen. Gahlke Schreiber aus Freiburg. Und man kann nur sagen zu Recht, sie waren einfach nicht zu schlagen. Tonspec Toft, die Dänen. Zweiter Rang in diesem sehr gut besetzten Feld. Nun freuen sie sich, denn Erotik pur kommt jetzt auf die Fläche, und zwar mit der Rumba. Brillante Technik ist ein Muss, ausschlaggebend ist aber die Seele, die man ins Tanzen legt. Gitarke Schreiber aus Freiburg. Ich wünsche dich, die mich nicht zu schlagen. Ich wünsche dir, dass du vieles Kind und so legest, und dass du vieles Kind und so legest. Ich wünsche dir, dass du vieles Kind und so legest. Ich wünsche dir, dass du vieles Kind und so legest. Bei dem sogenannten Liebestanz ist es natürlich einfacher, wenn man auch im Leben ein Paar ist, so wie diese beiden, Michael Hull und Linda Pedersen. Untertitelung des ZDF, 2020 Stefan Champagne, Manuela Faller, sie waren 1993 die Gewinne des Rising Star Turniers. Musik Musik Wie konnte es wohl anders sein? Der Sieger in der Rumba hieß wiederum Gahlke Schreiber. Zwei Tänze standen in der Finalrunde noch aus. Zunächst der Passo Doble. Man weicht langsam von der Darstellung des Stierkampfes ab und vermischt den Tanz mit Flamenco-Elementen oder Gypsy Dancing. Musik Musik Das war's. Hansi Gahlke, Bianca Schreiber, wir können Sie wunderschön beobachten, wie rhythmisch die beiden zusammen tanzen und harmonieren. Manchmal hart und manchmal ganz weich. Musik Da kann man nur sagen, wunderschön. Und die beiden wussten, den Sieg in diesem Turnier konnte Ihnen kein Paar mehr nehmen. Und die Wertung, Sie sehen selbst. Applaus Souveräner kann man ein Turnier letztlich nicht gewinnen. Der Jive, der letzte Tanz der Finalrunde. Lebensfreude pur. Musik 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 Toft aus Dänemark vor Gilkinson Robey aus Australien. Bianca Schreiber, Hansi Geige, obwohl man es kaum für möglich gehalten hat, ihr habt euch nochmal so wahnsinnig gesteigert im letzten Jahr. Wie habt ihr das fertiggebracht? Ja, wir waren natürlich sehr motiviert. Wir haben gesehen, dass wir eine Chance haben, ganz oben hinzukommen. Haben verschärft trainiert, auch mit einem Konditionstrainer Waldläufe gemacht und Choreografie ein bisschen umgestellt. Und alles zusammen hat es, glaube ich, gebracht, dass wir nochmal einen Sprung machen konnten. Ihr habt ganz souverän hier gewonnen. Souverän, der kann man gar nicht mehr gewinnen. International stehen noch ein, vielleicht zwei Paare vor euch. Ja, man wartet eigentlich nur, bis sie zurücktreten. Na gut, es gibt Donny Burns noch, den Schotten, der jetzt... Schon lange? Nein, den gibt es jetzt schon seit zehn Jahren, das ist klar. Und er wird auch vielleicht noch zwei, die Gerüchte laufen, dass er noch zwei bis drei Jahre tanzt. Aber wir haben uns jetzt zum Ziel genommen, wir wissen nicht, ob wir ihn schlagen können, aber wir wollen also so nahe als möglich drankommen. Und wir wollen auf jeden Fall irgendwann in naher Zukunft Weltmeister werden. Ich kann nur die Daumen drücken und viel Erfolg. Danke. Danke schön. Herzlichen Dank, unsere Ehre und unsere Sieger, die Deutsche Nationale. Wie immer war die German Open in Mannheim ein Fest für alle Tanzsportbegeisterten. Die Leistungen in den Seelen wurden zu Recht gefeiert. Die Leistungen in den Seelen wurden zu Recht gefeiert. Die Leistungen in den Seelen wurden zu Recht gefeiert.